Ja, das habe ich jetzt davon. Ich schau mir euch ein super Video mit einem Hauerer an. Ich hau mir anzu ein Kugelmeh und prüfe mich auf einen Offen. Der Trottel, sagt Hörst, das gefällt dir. Ich sage natürlich, die zwei Burschen sind ein Hammer. Schau dir das an, was die können. Davon heißt ja, du Trottel nur Drama. Es gibt auch Worte, das andere. Und was habe ich davon? Die Gäste, du meine Karte. Burschen, ich sage euch was. Sowas macht es mir jetzt nimmer mehr. Für euch.